Guten Abend, mein Name ist Andreas Boxleitner und herzlich willkommen zu meinem 95. Video hier auf YouTube. Und zwar lese ich heute Artikel aus der Zeitung vor. Und ich habe deshalb eine Stuttgarter Zeitung mitgebracht. Die ist von gestern. Und ich fange einfach mal auf der ersten Seite an. Der, der, die, die. Die, der, der, die, der, der, die, die. Die, der, die, der, der, die, der. So, das war's. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.